alles was der markt aktuell hinbekommt ist nicht so richtig überzeugend auf der bullischen seite auch beim nasdaq das ist ja noch unser liebling eigentlich aus bullischer sicht wo man am ehesten noch sagt aus charttechnischer sicht ist hier die welt noch so halbwegs in ordnung muss man überhaupt noch keine sorge haben das ist nicht ganz so doll bei den anderen indizes der nasdaq allerdings und mit ihm so halbwegs der s&p die sind allerdings noch in eigentlich einem ganz guten status aber wenn man hier im 5 minuten chart schaut dann sieht das schon gar nicht so toll aus fangen wir mal damit an machen wir es mal groß das ist das bild von gestern habe ich noch gesagt mensch wenn der mal wackelig runter kommt dann könnte man mal gucken wenn die größe hinreichend groß ist dass dann der kurs anschließend nach oben geht das hat er da nicht getan also wir haben hier oben so ein bisschen so eine seitwärtsbewegung mal bekommen da sah das noch einigermaßen gut aus ich weiß gar nicht wie groß die war wenn ihr vom tiefsten zum höchsten punkt messt dann seht ihr schon ja das ist ja korrektiv aber es ist halt nicht hier in diesem klassischen bereich also ich muss in der vergangenheit reden da ja da war ja die überlegung mensch das ist doch korrektiv sollen wir da nicht hier irgendwo long gehen vorsichtig er war aber noch nicht mal an der oberseite hier dran noch nicht mal in der nähe also nicht wirklich eine einladung für long und über diesen ausflug hier kann man sich auch gedanken machen was soll das denn sein ist das jetzt hier das neue gewackel der starker aufwärtsmarkt von dem immer alle sprechen also aktuell im fünf minuten chart zumindest mal nicht jüngst hatten wir allerdings eine starke abwärtsbewegung ganz kurz augentraining das ist natürlich schon geschichte aber ungefähr so ist eine starke bewegung drei wellig ist eine andere bewegung messt die größe höchster punkt tiefster punkt ungefähr 38er bis 61 8er marke und dann habt ihr als erwartungshaltung wenn er dieses zwischentief hier durchstößt falls ihr hier eine wende findet auch gut aber wenn er das durchstößt dass es zumindest mal eine eins zu eins geschichte gibt mit chancen auf mehr ja im moment sind es ja offensichtlich mehr also da sieht man schon irgendwie ambitionen für die abwärtsseite ja aber für die aufwärtsseite alles relativ mäßig also nicht so richtig doll das ganze was es da gibt also alle anzeichen alle starken moves die es da in dem zusammenhang gibt die scheinen hier eine relativ eindeutige sprache zu sprechen wer den born bar selber gesehen hat der hat hier schon gesehen ja gut das war ein short signal wenn er den hier nach unten verlässt ist die chance relativ groß dass wir da ein bisschen nach vorne treten nochmals zielmarke dafür 14.682 ist aber nicht hochgeistig deshalb lassen wir das hier weg nur für diejenigen weil ich häufig gefragt werde die das selber mitverfolgen so also abwärts naja also ich will hier noch nicht das alles aufgeben es ist noch nicht die welt verloren aber nasdaq ist da so halbwegs der einzige der noch irgendwie da so mitspielt im großen bild das müssen wir nicht noch mal beitreten im klein wie eben angedeutet man sieht es noch nicht dass die begeisterung für die bullische seite sehr groß ist die größte hoffnung wäre mensch rüdiger könnte das denn nicht wenigstens seitwärts korrektur sein und der kurs steigt jetzt ja das wäre tatsächlich sogar denkbar es war tief runtergelaufen aber das ist schon in ordnung also seitwärts korrektur mit irgendwie sowas dann abc nach also müssen wir noch mal genauer machen korrektiv in die richtung aber schon abgeklärt drei will ich in die richtung ja warum nicht und jetzt noch mal scharf nach unten von mir aus sogar fünf fällig wenn ich das hier so halbwegs mitverfolge ich schiebe das mal zur seite seht ihr das so ein bisschen wie ich das vielleicht kann man es erkennen ja die chance ist gegeben also der hoffnungsanker ist der nasdaq in der hoffnungsvollen erwartung lass es bitte so was sein wenn der kurs jetzt per schub nach oben kommt und wackelig runter also im prinzip das was wir hier besprochen haben der schub runter und drei wellig oder wackelig nach oben ist das ein zeichen dafür vorsichtig er geht runter bzw respektiv wenn er steil hier nach oben gegangen ist wackelig nach unten ist es ein zeichen dass da noch mehr geht und dann wäre ich sogar recht hoffnungsschwanger wenn dieses eins zu eins ziel irgendwo hier oben schon liegt in dem bereich kommt als das eine erste bewegung eine korrektur und dann geht es da nämlich auch noch weiter das wäre der hoffnungsanker der da ist was ich überhaupt nicht gut leiten könnte aus bullischer sicht ist wenn der kurs wackelig nach oben kommt oder aber vielleicht schon abc aber dann spätestens irgendwann nach dieser stelle wieder nach unten dann sind wir nämlich ganz schnell auch auf diesem niveau und tiefer wundern würde mich das aktuell nicht denn der nasdaq ist zwar noch der hoffnungsanker wie gesagt im übergeordneten bild der s&p ist noch so ein bisschen der mitläufer aber der sieht schon ziemlich krank aus wenn ich mir hier im fünfminuten chart die details ein bisschen angucke der letzten tage dieses tief 4 oktober morgens 9 uhr deutsche zeit und dann gucke ich mir diese aufwärtsbewegung an was habt ihr für eine ambition ist das ein richtig toller bullenmarkt denkt dran gegenbewegung ach ja die überschneiden ja wieder also sieht das korrektiv aus also ist es die falsche richtung also müssten wir eigentlich na gut also die erwartungshaltung ist durchaus gegeben dass wir eher schwäche zeigen die marktteilnehmer zumindest zeigen hier starke abwärts seiten zugegeben eine sehr hohe aufwärts hier hätte ich den short nicht machen können weil das lohnt sich nicht hier unten zu shorten in der erwartungshaltung dass sich das hier noch mal ausgeht ja das sind wir gerade bis dahin gekommen das ist ja herz aller liebst aber so viel gewinn und dann wie viel risiko nee 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 das macht er bitte nicht der nasdaq der war ein bessere der hat ein besseres verhältnis und deshalb der hinweis auch an euch wenn ihr ähnliche verlaufsmuster findet also irgendwas was dann schon korrektiv irgendwie ist dann nehmt ihr das was am saubersten gezeichnet ist also nicht jetzt von mir hier sondern von den marktteilnehmern wo ihr sagt ja ich erkenne das ist einfach korrektiv hier wackelig nach oben da muss man nicht für studiert haben das ist eine schwache richtung ja also wenn ihr sowas erkennt auch das hier ist eher eine schwache richtung ist ja blöderweise nicht die erste deshalb weiß man nicht wie viel tiefer trotz alledem sind das alles noch anzeichen für vorläufig in der schwachen richtung weiter es sei denn der markt macht mal eine umkehr dann habt ihr eine gute voraussetzung dass es eben in die richtung noch mal zumindest ein bisschen weiter nach oben geht im moment allerdings wie gesagt auch in anbetracht dieses vorderen teilstücks hier ich bin wenig optimistisch was das im kurzfristigen angeht übers langfristige haben wir gesprochen da hat der nasdaq immer noch die chance entschuldigung der s&p immer noch die chance hier dann seinen dreh in dieser unterstützungszone zu finden wollen wir ihm das ganze gönnen aber denkt dran müssen sie dann auch langsam loslegen viel tiefer geht nicht sonst sind wir in der überschneidung und überschneidung haben wir festgestellt ist genau nicht das was wir an der stelle gut gebrauchen können das wäre nämlich ein zeichen für echte schwäche das heißt selbst wenn der markt dann noch mal bullisch geht ist das alles eher ein temporäres ereignis und nicht irgendwas was auf lange sicht eben angelegt ist in ein ähnliches horn nein eigentlich sogar noch in ein viel stärkeres horn bläst der dow jones denn wenn ihr euch hier die gleiche bewegung anguckt 4 oktober morgens 9 uhr macht selber eine einschätzung von mir aus hier mit unterteilung noch wie auch immer welche seite ist die starke richtung welche seite findet ihr die richtige zugegeben die abwärtsseite hat auch noch was korrektives das ist vielleicht noch so der einzige punkt wo man sagen kann ja aber guck mal die sind auch doof ja das mag sein aber ihr seht dass das zumindest schon mal flacher ist als das naja gut also müssen wir vielleicht sogar noch mal damit rechnen dass es weiter nach oben geht aber es ist und bleibt korrektiv sind nicht die vorrangigen tollen situationen die man sich eigentlich wünscht also in irgendeiner form korrektiv nach oben zur not auch noch mal mit einmal höher im moment sehe ich es ehrlich gesagt nicht aber eigentlich alles nicht die tollste hoffnungsvollste erwartung im sinne von dass ein echter geiler bullenmarkt in diesem augenblick zumindest das kann sich ändern das könnte sich zum beispiel ändern wenn er noch mal einmal tiefer geht machen wir das so hier noch mal einmal tiefer tiefer habe ich gesagt so und dann geht das steil hoch und wackelig ja dann bin ich natürlich bullisch für diesen augenblick für diese tage für diese stunden für diese minuten je nachdem auf welcher zeitebene ihr das guckt das ist natürlich klar aber im moment sehe ich das nicht das heißt für all diejenigen die im moment eine aktivität haben wollen ja wohl eher nicht ja also der dow jones ist es offensichtlich nicht ist aktuell keine bereitschaft für die bullische seite es sieht weiterhin in der trendrichtung in der short seite aus als ob das die wahrscheinlich bessere richtung ist wartet auf wackelige aufwärtsbewegung um dann die fortsetzung da eben gegebenenfalls noch mal mitzunehmen ja und der dax wie sieht es denn da aus nachdem er hier seinen ausflug unter meine lieblingszone die ich dauernd erwähnt habe und unter die 15.000 mal gerissen hat jetzt ist aber 15.000 0155 aktuell naja wenn man auf dem index guckt könnte man noch mit wohlwollen drauf gucken und sagen mensch das könnte doch noch bitte lass doch mal sag doch mal was schönes also das ist schöner anstieg ja das ist gut das wäre durchaus geeignet irgendwie ein korrekturmuster zu sein wenn es ungefähr so bleibt diese dreiecksmuster dann muss ich allerdings blöderweise sagen dreiecksmuster sind klassischerweise die letzte korrektur vor letzten fortsetzung das heißt das was wir vorne hatten noch mal damit ist der spuk vorbei und es geht nach unten das fände ich eigentlich auch als konsolidierung dieses abends gar nicht so schlecht also ihr seht zwischen longs durchaus erlaubt also jetzt long gehen naja gucken wir noch mal schnell drauf seht ihr jetzt irgendeine motivation in diesem moment long zu gehen hier ist doch eine unterstützung so denken einige da ist doch die chance gut dass es dann jetzt abprallt völlig richtig die chance ist gut bitte bitte lasst euch das aber hier bestätigen nicht einfach willkürlich da reingehen ja da ist eine unterstützung dann muss es ja drehen gar nichts muss der kurs das hat ihn hier auch null interessiert ja aber es sind doch zwei naja ich werde jetzt hier sicherlich auch eine möglichkeit finden auf zwei unterstützung hier irgendwo keine ahnung ist jetzt willkürlich zu kommen und trotzdem fällt der kurs durch also lasst euch da nicht einlullen im sinne von da muss der markt drehen da kann der markt drehen lasst euch das bestätigen zum beispiel durch eine bestimmte kerzenform ja wendekerze morningstar hammer keine ahnung was ihr auch immer wollt piercing pattern engulfing pattern wenn euch das alles nichts sagt dann könnt ihr auch irgendeine indikatoren situation da nutzen und versuchen mal auf einen schnellen einstieg da mal zumindest aufzuspringen auch das kann okay sein oder eben auf das was ich am liebsten mag nämlich schub hoch wackerlich runter das können wir noch mal schnell auf dem future gucken ob das da vielleicht schon besser ist muss ich sagen auch hier ist im fünf minuten chart der letzte eindruck welche seite war die starke ach durchschande also relativ eingeschränkt optimistisch hier im kurzfristigen bild was der kurs ja aktuell macht so richtig überzeugen tut mich das aktuell tatsächlich noch nicht na gut in diesem sinne drücke ich euch die daumen dass ihr auf der richtigen seite seid aktuell scheint es noch die short seite zu sein es kann sein dass sich das im laufe des tages noch mal ändert dann achtet aber auch die von mir eingezeichneten andeutung die der markt machen muss lasst euch nicht per kackeiern wollte ich fast sagen lasst euch nicht hinters licht führen lasst die anderen marktteilnehmer was überzeugendes zeigen und dann macht mit versucht nicht die nummer eins hier zu sein nummer eins zu sein ist oft teuer weil die anderen es nicht kapieren die haben dann gerade nicht auf dem radar was ihr gut findet und dann machen sie das das gegenteil das ist doof guckt euch das an dass die euch überzeugen durch eine starke bewegungsrichtung irgendwas müssen sie zeigen um stärke zu zeigen ansonsten sieht das ziemlich doof aus in diesem sinne euch alles gute ganz liebe grüße und bis zum nächsten mal